Es ist zu Ende, wir haben hier einen verdienten Sieger gefunden und zwar der Angelo mit 4 zu 0 sich durchgesetzt Angelo, herzlichen Glückwunsch Das Ergebnis ist eindeutig 12 zu 0 Schüsse Mehr verdient geht glaube ich nicht Und während der Angelo sich hier noch eintragen muss und zwar ist es so, dass jeder Sieger einen kleinen Preis bekommt T-Shirts, Bälle und 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 Verlosen wir noch zusätzlich unter allen Gewinnern dieser 4 Tage hier auf der Gamescom einen großen Hauptpreis, deswegen eben kurz hier anmelden Wir machen gleich noch Fotos Die Fotos werden bei Twitter und bei Facebook hochgeladen Konami PS League oder Official PS Und wenn ihr hier auch teilnehmen wollt Wir wollen jetzt die Anmeldung kurz anstellen Anmelden und ja, ungefähr alle 15 Minuten Sobald hier wieder 4 Fernseher freigeworden sind Wir gehen das nächste Turnier Man, wie heiß Wie heiß Man, das wäre schwer, als wäre das Teil Man, das wäre schwer Man, das wäre schwer